Musik Hallo und herzlich willkommen hier zum riesigen Dschungelwurm, dem Savari World Bus oder auch zu dem Erfolg Füttern Verboten. Wir befinden uns im Savari Gebiet, 1-15er Kaledon Wald, ganz im Norden bei der Wegmarke zu Twilight Arbor, Zwielichtgarten. Und dort sporten nach einer kurzen Eventkette, wo der Sumpf angegriffen wird, das ist ja so ein ähnliches Prinzip wie zum Beispiel beim Schattenbehemoth, dann dieser riesige Dschungelwurm, den man einfach nur schnell töten muss. Das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter. Füttern Verboten kommt daher, da er zwischendurch hier was knuspern würde, was wir damit allerdings unterbrechen, dass wir ihn schnell töten. Und wie ihr seht, das geht echt verdammt schnell, wenn man zur richtigen Zeit kommt. Und ja, dann habt ihr den Erfolg Füttern Verboten, den Erfolg für den Mob und gleichzeitig noch eine Truhe. Und das war's auch schon, hier geht's zurück zum Erfolgsvideo. Liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.